Na, meine lieben Yoshi-Fans, seid ihr wieder da? Jojojo und willkommen zurück zum fünften, sechsten Part von Yoshi's Island. Oh yeah! Wir, ich bin zurück. Nicht wir, sondern einfach nur ich. Ich wollte schon wir sagen, warum wir? Es gibt's ja ein wir. Egal, ich bin zurück zu einem weiteren Part, Yoshi's Island. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem wunderschönen Spiel. Wir sind jetzt der rote Yoshi im nächsten Level. Und ich liebe die rote Farbe, habe ich ja schon gesagt. Die ist richtig schön bei den Yoshi's. Denn sie ist nicht rot. Superbaby-Homerun. Denn sie ist eher so pink, würde ich eher sagen. Rosa? Nein, du kriegst mein Ei nicht. Mein Ei gehört mir. Okay. Hallo, was sagst du mir? Treffe das Pfeilzeichen mit einem Ei und wundere dich nicht, wenn das Ei den Turbogang einlegt. Okay. Da war jemand zu blöd, um sie zu fangen. Und sowas nennt man ein Baseballspieler. Ja, gut, ne? Was tut denn das Ei her? Egal. Schieß mal erstmal die Dinger hier alle kaputt. Oh. Eier hat auf Eier nur wieder viel runterzumachen. Okay, stimmt. Du, du, du. Da sind die normalen. Ich meine, der Mischunger-Schnugel. Und mal Pommes schmatzen. Wo auch? Oh. Platz, die. Platz, Platz. Okay. Die, die gehen einfach wirklich durch. Alter, sind durch. Dann schlucken wir mal runter. Tü, tü, tü. Ah! Nix da. Ein Leben bekommen. Das ist doch schön. Da geht das Haschflänze nach oben. Kann man hier rein? Nee, hier kann man nicht rein, ne? Okay, dann gehen wir mal weiter. Pam, pam, padam, pam. Dum, 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 dum. Äh, ich glaube, hier verwandelt man sich nochmal in Superbaby Mario. War das das Level? Ja, das muss das Level gewesen sein. Ähm. Mites. Mites. Mites, 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 Mites. Dum, 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 dum. Hello. Ja, das ist mir schon um einiges klar gewesen, dass Superbaby Mario unbesiegbar ist. Ähm. Zack. Machen wir dann einfach noch Putti. Und gehen los. Rennen. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Ah, 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 ah. Ah, ah! Sind wir die Super mit Superbaby Mario? Den hätte ich jetzt kaputt machen ganz schnell können, aber die Gefahr ist da, dass er mich dann hier, ähm, also dass ich dann nachher doch runterfalle. Ja, super. So. Easy. Einfach den Gegner da ein bisschen austricksen. Dann geht alles. Autsch. Autsch. Tu es mir nicht an. Sei nicht so herzlos. Diese herzlosen, dreckigen Penner. Mir juckt der Rücken gerade. Oh, mein Ei. Oh, kriegst du keinen. Ah, nö, 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 nö. Oh, oh, oh. Halter Schwede. Okay, ich muss hier einfach, einfach nur weg von der Schussbahn, von denen. Oh. Okay. Ähm, das hier war eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur hier schießen und hier warten. Genau. Dann noch eine. Die Münze sieht hoch aus. Egal. Ist an sich ja, äh, gar nicht so schwer jetzt gewesen. Oh, Junge. Mein Arsch ging aber leicht auf Grundeis. So wie der hier. Kommen wir jetzt schon zum guten Thema, Grundeis. Komm, weg mit euch. Oh, yeah. So, mach mal hier mal kaputt. Kriegen hier ein paar Sternchen. Ist das nicht schön? Wir sehen Sterne. Oh, da unten ist ja auch noch was. Oh, da unten ist ja auch noch was. Auch ein paar Sternchen. Ist das nicht toll? Ich weiß gar nicht, äh, ich hätte jetzt, äh, jetzt erst wahrscheinlich, äh, die, den Sternkreis nehmen sollen. Weil, dann hätte ich nicht mehr da reingemusst. Das heißt, wenn ich jetzt krepiere, muss ich dann nochmal rein, bevor ich dann, äh, wieder die zwei Dinge hier vergesse. Vergessen. Nicht ganz so toll. Oh. Autsch. Arsch. Oh. Hör damit. Hör. Hier, friss. Du verpiss dich. Ja, du. Geh mir nicht auf die Eier. So. Du, du, du. Nein, 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 nein. Mann, du schießt doch nicht so eine Grünsebacken raus. Mann, kack Ding. Leider kann man das Ding nicht stürmen. So. Aber den da. Du, 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 du. Und die Mäuse, die kann man auf jeden Fall, Mäuse raten, je nachdem. Nein, die schieße ich auch. Hm. Ei, du Eierpole. Egal. Weg mit dir. Ich weiß gar nicht. Äh, ich glaube, hier gibt's noch etwas. Gib her. Komm her, meine ich. Du wirst jetzt mal ein Ei. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas gibt. Egal, hier kriegen wir noch ein paar Eier. Ich glaube, wir haben hier an sich an dieser Stelle schon mal alles. Diesmal mache ich nicht den Fehler. Wir gucken uns jetzt einfach noch mal ein bisschen um. Noch ein klein bisschen. Man weiß ja nie. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass der Part zu Ende ist. Aber der Part ist ja noch gar nicht zu Ende. So lange geht der Part, Alter. Noch gar nicht. Ich hab echt gedacht, der Part wäre schon zu Ende. Das ist schon zu Ende. Oh. Und wir verwandeln uns. In den Mauerwurf. Yeah. Easy. Easy, ne? Haben wir es gleich noch auf der anderen Seite geschafft. Mit den Münzen. Mit allen Münzen. Ah. Wir haben alle Münzen gekriegt. Oh mein Gott. Alle Münzen, die dort drin waren. War jetzt eigentlich nicht schwer, aber... Man kann ja wenigstens so tun, als wäre das schwer gewesen. Nein. Mäuse betoten, mag ich überhaupt nicht. So. Eins fehlt uns noch. Den krieg ich eh nicht. Und du kannst mich an was schritten. Boom. Tot. Dum, dü, 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 dü. Dü, dü. Oh, hier, hier, hier. Knauze. Knauze. Guck. Die laufen jetzt erstmal nach links und rechts einmal durch. Immer oben. Genau deswegen. So. Und jetzt gehen wir erstmal hier unten lang. Dü, dü. Ah. Ich lauf genau in den rein. In den Stachelkopf hier. Piss dich. Eis. You're freezing it. Hier. Tschüss. Tschüss. Oh. Easy. Auch immer ein Leben. Da haben wir, glaube ich, die Reihen eigentlich komplett durchgegangen. Dann gehen wir jetzt noch ein zweiter runter. Blödes Kack-Ding hier. Du bist so scheiße, Alter. Grinz nicht so frech. lebensmüde Aktionen. Und die Mäuse nerven. Oh. Was haben wir denn hier? Werfe ein Gegner oder ein Ei in die Blume und du bekommst Münzen oder Sterne und drücke bla 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 in die Höhe, um zu werfen. Okay. Ähm. Ja, das haben wir ja. Plupp. Easy. Wir kriegen jetzt aber keine Sterne. Wir kriegen nur Münzen. Also, ich glaube, das hätte ich nicht tun dürfen. Okay, ich habe gedacht, hier wären schon die Stacheln, aber hier waren noch nicht die Stacheln. Und bei dem muss ich jetzt gezielt vorbeischießen. Perfekt. Ich habe das Gefühl, ich habe viel Wasser getrunken. Tatsächlich. So viel Pech kann doch nur ich haben. Ah ja, kommt her. Du, halt die Schnauze. Oh, doch. Kann ja wohl nicht Wahrsteiner sein. Jetzt verließe ich alle meine wunderschönen Sternchen. Äh, äh, äh. So. Halt die Klappe. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man nach unten schießt, oder? Ja. Okay. Ich glaube, ich habe damals immer als Kind nach oben geschossen. Also, das muss man mir lassen. Also, ich habe viel Wasser getrunken. Das auf jeden Fall. Eben ganz frisch. Nennt sich auch, äh, Cola. Schnauze. So. Habe ich denn jetzt eigentlich alles, was ich haben wollte? Außer die Sterne. Na gut, die Sterne, die können wir uns ja jetzt holen. Bam. Jetzt haben wir die alle, jetzt haben wir die 100%. Ist das nicht easy? Also, die 100 Punkte. Aber wieder kein Bonus. Geiz ist geil. Ja. Du, 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 yeah. Du, 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 du. 100 Punkte. Komm, komm, ja. Wow. Gehen wir direkt ins nächste Level. Wow. Was kommt denn jetzt? Grinsewalz. Oh. Ich glaube, hier kommen diese komischen Geister entgegen. Ja, okay. Deswegen heißt es auch Grinsewalz. Ha. Ist das nur für die München da? Scheint so, oder? Nur Bonusraum. Nur für die München da. Okay. Trotzdem schieße ich mal hier die Dinger kaputt. Man weiß ja nie. Juh, ne? Weiß nicht viel. Aber zum Glück haben wir eine unendliche Eierquelle, kann man dazu sagen. Denn die Geister kommen ja immer wieder. diese Waldgeister. Und zum Glück kann Yoshi die runterschlucken. Oh Gott, oh Gott. Das war jetzt kein mit dem Ausweichen. Ah, das war jetzt kein mit dem Ausweichen. Mehr. Auch rumzuholm, Baby. Alter, wie weit bin ich denn gefrugen? Komm her, Baby. Wow. Habe ich die Dinger umsonst geholt? Die Sterne. Ja, mein Gott, ey. Das kann ja nicht wohl die Warsteiner sein hier. Grinsewalz. Schon wieder verkackt. Wundervoll. Ich glaube, Leute, ihr werdet noch einige Fails von mir sehen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier aber auch nicht. Also, gehen wir mal einfach weiter. Wow. Zielen schielen. Nenne ich mal, sage ich das mal so, ne? sollte auf jeden Fall Zielen wieder lernen. Hatte eben mein Zielwasser. Jetzt habe ich mein Zielwasser verloren. Oh Gott, Mann. Fliegt mir doch nicht alle direkt 2, 3000 Mal entgegen. Kann er wie Versteiner sein hier? Komm her, Baby. Habe ich den extra Schwermodus angemacht oder was ist los worden? Sind die so viele von denen auf einmal? Oder stell mich einfach nur wieder blöde an? Ja, das liegt einfach daran. Ich stell mich wie immer blöde an. War jetzt aber kriminell und knapp hier. Erstmal und zweimal. Zack. Das eine Mal und das zweite Mal. Plum. Erstmal hier alle Dinger hier rausholen und wirklich wieder Sterne. In diesem Level braucht man auf jeden Fall eine ganze Menge Sterne. Gut. Hey. Komm her. Kriecht hier nichts weiter? Nö. Ist hier noch irgendwas? Nö. Scheint nicht zu sein. Okay, dann gehen wir einfach weiter runter. Jetzt aber schon ein bisschen wenig hier. Nicht verzweifeln, diese Mauer kannst du mit einem Ei zerschmettern. Okay. Gut. Dann jumpen wir mal hier rein. Ja, äh, ähm. Ja, Ju, ne? Ah, ein bisschen ziehen. So. Einfach. Also, ja, ne? Ein bisschen nichts Besonderes mehr. Geiz ist geil. Aha, ich wollte schon gerade sagen. Jetzt haben wir noch ein paar Sternchen hier. Puh. Herr damit. So. War das Level eigentlich bald geschafft? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich, ähm, kacke in Ruhe erstmal meine Eier aus. Was? Was zum Helle war das? War ja gar nichts drin. Tü, tü, tü. Oh, die sind Super-Baby Mario. Okay, ich muss aber nochmal hier hoch Spielen Ich denke, dass du mir Eine Tür hier hinstellst Kommt hier noch ein Stein? Ich glaube, den Stein brauch ich nochmal, oder? I don't know Ah Gut Ha Komm her Viel hat haben Viel hat haben Okay, da waren nun wieder Sterne Normalerweise drin Wir machen mal eine ordentliche Treppe Ist das nicht toll? Hat sogar alles so funktioniert, wie ich es haben wollte Jeil Es geht auch nicht immer alle Tage bei mir Dass das genauso funktioniert, wie es haben wir So, ich bräuchte jetzt nochmal ein Ei Danke So, aber ich glaube, heute ist es mal soweit Heute ist es tatsächlich soweit gekommen Dass ich mittendrin jetzt mal eine kurze Pause mache Und den Part beende Also, ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Part Wir gucken uns mal an Ja, okay Geht Wir sind eigentlich fast fertig Also, ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Part Hau da rein Ciao Mit V Oh yeah Wir kommen in Yoshi's Island Unterfrühlich.es Land Hier gibt's viel zu sehen Und jeder hat hier Spaß Kleines wird mir gerne Damit du nach Hause kommst Und alles wird dann wieder gut Wir kommen in Yoshi's Island Unterfrühlich.es Land